Martin Mautner Trophy mit Adessa und Johan Brenning Junior. Die Aufgabe ist sicherlich keine einfache, die Adessa ja auch nicht immer die einfachste. Streit manchmal Fehler ein, aber wenn sie keinen macht und ein ideales Rennen hat so ein Platzgeld ist durchaus möglich. Ja, das glaube ich auch. Sie ist das letzte Rennen mit Erich sehr gut gegangen. Und hat auch mit mir schon, in Anstatt in 17 war ich Vierter, da war es eigentlich sehr gut. Ja, bei der kommt es auch aufs Rennen drauf an und kann durchaus unter die ersten drei sein. Der zweite Rennen, großer Preis der Mitarbeiter und Freunde des Team Neuhof. Ja, du bist dabei mit Be Happy Now, wie fast erwartungsgemäß zuletzt auf 2.1 gegen die bisschen älteren Pferde. Nicht das gewünschte Ergebnis, aber heute 1600, gleich Alträge. Schaut das Leben wahrscheinlich gleich wieder anders aus. Von dem gehe ich aus. Natürlich ist es besser. Und die Stute hat aber letztes Mal auch nicht die Leistung gebracht, die sie eigentlich normalerweise bringt. Also ich brauche wenig Erklärung dafür und denke, dass sie heute besser geht. Ich hoffe.